Tag Menschen, erschien es? Es war so ein Bild, mit dieser Büro, wo einer sich bloß mit den Beinen abhauen und einer konnte nichts nicht anfangen. So ging es mir auch gestern. Ich war alles in Ordnung, den Geräbelten stürzte, was ich dann tun wollte. Mir fällt es bei, ich hatte ein Bessgel, ich hatte es noch vor Jahren nicht gebraucht, vielleicht viele Jahre. Aber ich dachte, mit dem würde ich ein Bessgel anmachen gehen. Ich gab mir dann auf, und dann ging es doch schön. Ich schaffte es. Ich hatte Geld im Schwung. Und ich kippte mir an, ich hatte ein Bessgel, ich lege mir alles zu besäunen, mir lässt alles schmack. Und dann auf einmal haste ich die Frieden eing. Ich schaue da mit dem Hesterkopf und auf einmal lege ich da eine große Radmeer. Ich schaue da, verbläfft und bedieselt, mit dem stöte Kühltor in mir da. Ich weiß gar nicht, wo ich will, was ich soll. Er kippt mir an, es da noch Menschen wählen. Aber zum Glück, da halten sich alle ein Bessgel im Hüßraum. Und da wird kein Mensch. Aber das macht vielleicht, dass wir erst ein Fenster gewassen haben, mir da gesäunen. Schließlich stünde ich ab und ich stoffe mich da auf. Und dann packte ich mich über. Und hevde ich mir mein zweier Rüderschen mit Blech ab. Und schaffte ich mein Hüß. Schaub hat doch wohl nicht vieles, hat ich mir da nervös nicht angegangen. Ist ich steinig tüß wie ich, möchte der auch in den Maschinenshop, und ich warte das schonternähen. Das soll mich nie nicht mehr interessieren. Never slutte ich mir dort weiter im Karp nennen, dass ich dort wo dann... Nee. Vielleicht war ich mir schon nicht so. Bättel ich die Wortschwerfeuern, dann rede ich meine Familie davon, und wollte das sein, wenn ich dort habe, aufgegangen, und wenn mich dort alle überrasch ging, wo mich nicht erst einschmieren, bei meinen Alben wurden verrappert und aufgeschallt sein, und dann fühle ich mich vielleicht bald weiter. Ich würde nicht aufrufen davon, weil ich alle stört sich nicht, dass ich heute ein Bäskel gefahren habe. Ich habe mir nichts getan. Ich will einfach mit meinem Haus bleiben, zufried sein, und dann bleibe ich. Na, Jo. und dann bleibe ich auf dem wie es dann war am Morgen. Und dann. Bis zum nächsten Mal.